Alter, wenn ich Pause mache, hat der nicht anzugreifen. Ja, der kommt jetzt unbegrenzt anscheinend, oder? Ja, wir müssen die jeweils immer auf so einen Turm rufen und den Alarm ausschalten. Oh, er zieht gerade aus, oder was? Ja. Oh, er nervt mir die Minen aber auch langsam. So viel wie hier rumrennen, hätten die jetzt schon längst explodiert sein müssen. Warte, hier ist ein Turm, ich gehe gleich hoch. Das sieht doch noch was großem an, oder? Irgendwas stampft, ja, ja. Ich glaube, das ist wieder einer mit, na, so ein Psycho-Zwangsjacke. Hier oben, wo ich bin, ist ein Bauplan. Ich bin ja, wie bisher ich nie komme, sag mal. Über die Leute. Ich bin über das Zelt hier durch, und dann... Ah ja, okay, das wurde ich. Und er kommt jetzt, er kommt, ah nee. Ah, das ist wieder so ein Wrestler. Dann gehe ich doch gleich mal mit in Deckung hier rum. Aber er kommt nicht her. Oh, nee, doch nicht. Das Zombie kommt durch, aber er nicht. Mal gucken, was passiert, wenn ich... Ob ich so weit werfen kann. Also sofort, na, warte. Oh, scheiße. Ich würde einmal Dings probieren. Äh, schönen Dank auch. Ich hab die nicht aktiviert, das war der Zombie eben. Oh, wie heißt das mit... Mit Kreis? Was? Na, mit Kreis, Mensch, wie heißt denn das? Raserei. Jo. Aber jetzt hast du ihn fast mit Tod, oder was? Jo. Oh, nein. Oh, das war ja schlau. Nein. Bist du jetzt drin, die Laufenden, oder was? Ja, ja, ja. Wundert mich ja, dass du dich nicht wieder bedankt hast bei mir, weil ich ja schuld bin. Ja, schuld bin ich trotzdem. So kann man auch seine ganze Kohle verballern. Nö, ne? 10.000 wieder weg. Wundert mich, dass bei dir nicht immer nur 5 abgezogen werden. Na, wird... Ach, da bist du selber dran schuld? Den Bauplan hat das hier noch mehr. Hier ist noch wieder eine Akte. Oh, hier gibt's eine Schnellreise dann. Vielleicht ziehen wir dann schon wieder um. Hm. Achso, hier ist ja noch der Turm. Ups, ich kletter mal hoch. Suche ein Eingang ins Gebäude. Wir sollen jetzt hier Sprengstoff suchen. Wo ich bin. Sprengstoff? Ich höre es überall piepen, aber es ist hier keine Minen mehr. Aber das scheint ja ein Riesengebiet zu sein hier. Das ist nicht nur hier mittig. Hm. Wir haben noch Sprengstoff wären so aufgefallen oder sich das Volk. Na, ich vermute fast, das wird jetzt erst blinken oder so. Hinter dir gucken. Naja, oh, der sagt, die schiebt mich in die Mine. Kann das sein, dass die wirklich erst explodieren, wenn man rüber rinnt, also drauf tritt? Du hast ja Erfahrung. Äh, naja. Schwierig zu sagen. Ja, wie groß ist denn das Gebiet jetzt hier? Ja, das wird die ganze Basis sein, vermute ich mal. Hauptsache, das blinkt auch auffällig. Ich würde gerade sagen, wann erkenne ich denn das? Also, ich hätte ja so eine Kiste mit C4 irgendwie vermutet oder so, aber wer weiß. Ja, wir haben doch hier schon alles abgenommen. Jetzt kann doch nicht einfach hier eine Kiste irgendwie auftauchen außen nichts. Ja. Was ist das denn? Ja, das ist nicht schlecht. Was ist das hier? Oh, hier ist noch ein Bauplan in der Ecke. Wo bist du denn? Ganz hinten bei der Schnellreise. Kann ich gleich mal hier die Schrufe und der Uffleveln. Die hat jetzt am Ende... Ach du Scheiße, der ist wieder da. Der Wrestler? Ja. Okay. Das war bei der Schnellreise. Ja, da beim Zelt und da durch und dann in der Ecke hier. Hier hinten lichter. Da muss ich doch glatt mal die Schrotwinter ausrüsten. Hast du den jetzt eigentlich besiegt gehabt oder bist du weggelaufen? Weggelaufen. Aber warte, ich könnte eigentlich besiegen, das wäre eigentlich auch mal eine Maßnahme. Wo ist denn der? Diese Suche... Ah, hier oben waren wir noch nicht. Hier ist ein Erinnerungsfoto. Ist auch wieder Questgegenstand dann, oder nicht? Und Sprengstoff. So, jetzt müssen wir hier hinten lang. Und an der Tür. Dummdi-dum-dum. Ich gehe lieber weg. Ich bin hier über ein Minen. Oh. Das takes care of the gate. I'm going in. Keep your eyes open and watch where you step. They might have mined the interior of the base is the last minor defense. Mmh. What do I do? Copy that. Na, vermint eventuell. Minen sind nicht gut. Wow. Wow. Also, hui. Äh, hä, hä. Man merkt, ja. Hast einiges drauf. Ja. So ist das. I made it inside the base, Colonel, but the lights are dead. Looks like the power is out. Shit. Alright, listen. There should be a secondary generator down in the basement. See if you can get it running. Wieso finde ich einen Gurt im Telefon? Ja, ich wollte Uka fragen, aber ich dachte, frag mal nicht Chris, wie eine blöde Antwort. I have something good. We didn't get here in time. Fuck. Alright, we can make it through this. Get the power back up and running. If the transmitter still works, we can use it to radio for help. Ach so, das sind alles so ne Türen. Kommen wir ja nicht durch ohne Sturm. Irgendwie erwarte ich hier was Schlimmes. Einen fetten Gegner, ja. Naja, aber ich denke mal, die kommen alle jetzt an, wenn wir das... Oh, der Sack. So. Wenn wir den Strom anstalten. Wo ist das Ding jetzt hier? Na, da darf alle Fälle. Hier nochmal eine Werkbank. Soll ich ihn anstellen, oder? Oh, der Atta. Soll ich ihn anstellen, oder? Ich frage jetzt, ob hier jetzt wieder Soldaten als Gegner kommen. Wo bist du denn du? Na hier, am Eingang. Wo blüht es hochgegangen, oder was? Ja, oder der Sorte Treppe ruf. Wetten, der Sender ist hinüber. Ja, aber ganz sicher. Oh, ein Setter. Hey, jetzt hat er meinen Tritt abgebrochen. Was ist das denn? Ja. Nein. Hat er meine Elektro-Axt nicht mehr, oder wird... Doch. Klick, 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 klick. Was haben wir hier? Nee, 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 nee. Ich habe keine Puff. Fein, ne? Hab mir erschrocken. Ich habe keine Puff. Good. Fire's out. Oh, das hört sich wieder groß an. Ja? Oh, der ist aber nicht groß. Nee. Ich wette der Kommandant, also der Colonel, wird ein dicker sein. Das fand ich mir gut groß an. Gebst du noch? Nee. Einer war da noch, oder? Ja. Ich dachte erst, ich krieg Damage durch die grüne Kacke hier noch. Nee, irgendwie nicht. Also, ich hab mal geguckt. Also, ja, man ist irgendwie kurz so ein bisschen Nebel, aber ich glaub Schaden kriegt man nicht. Ja. 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 Das ist so. Das ist jetzt der Fall. Soena wieder. Was denn du da ne Schaufel hört? Mit dem Feuer. Er wirft sich. Hier ist ein Sandma-Stück. Hier ist noch ein Bauplan. Ich denke, ich mag. Äh, 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 äh. Ich bin in der Kommstation, Colonel. Bleib Ihren Fingern, dass der Transmitter noch funktioniert. Copy that. Let me know, was passiert. Ach so. Briggs? Is this Colonel Briggs? Briggs is dead. Who's this? Lieutenant Colonel Sam Hardy sent me. I'm in Henderson with a handful of survivors, and we're trying to get the hell off this island. Look, I'd like to help you, but I can't. Sorry. You'll have to hang tight. What the hell is wrong with you people? First you abandoned Benoit, now Palinai. Benoit? How do you know about Benoit? You say Hardy sent you? Wait a second. You were one of the immune. I met you on the ship. Remember me, Serpo. Serpo? You're the fuckwit who left us on the ship! Look, look, look. I'm sorry about that. We're trying to help people here. We're working on a vaccine. Right. And as soon as you find it, you're gonna nuke the bloody island. Oh, mate, you must think I'm thick as a brute. Where the hell did you hear that? Nuke the island? Did Hardy tell you that? Because if he did, that's bullshit. So everyone's lying? Is that right? I'm, uh... Hold on a second. What? Harlow? Are you positive? Okay, get her. Do it. Just don't let her get away. Sorry about that. Time's running short. I'm sending you a chopper. What's your location? Old Town Cinema. Watch yourself with Hardy. The man can not be trusted. That chopper's on its way. What is it? What is it? Is he helping us now? Hmm... I don't think so really. He told me that he didn't come in between. Something useful? Colonel, are you there? Guess who I just talked to? What's happening now? What's happening now? What's happening now? What's happening now? You know, I don't know who to trust. Not anymore anyway. I'll see you soon. Trophy! Militär Basis, right? There's no Munition. I think I don't need anything. No. I don't know. So. I'll take a piece. I might debut this in. I can have a piece. There you go.